Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr habt ein Mac, aber es gibt manchmal auch Situationen, in denen man dann doch mal Windows benötigt. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Wie kann man Windows auf dem Mac laufen lassen? Dafür gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ihr ein Mac bei euch im Netzwerk habt, dass ihr euch einfach per Remote Desktop darauf schaltet und dann quasi auf dem Rechner Remote arbeitet. Das funktioniert. Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit und die nennt sich Parallels. Parallels ist ein Programm und mit diesem Programm könnt ihr Windows auf eurem Mac installieren. Und das Ganze machen wir heute einfach mal. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Ihr seht schon, hier gibt es aktuell auch einen Rabatt. Das interessiert uns jetzt allerdings nicht weiter. Wir gehen hier nämlich auf kostenlose Testversion herunterladen. Das würde ich euch auch empfehlen. Ladet euch das einfach mal runter. Testet das mal aus, ob das was für euch ist. Hier sind eigentlich die drei wichtigsten Schritte schon erklärt. Herunterladen und Installieren von Parallels. Dann Herunterladen und Installieren von Windows. Und dann könnt ihr eure Windows-Anwendung darin laufen lassen. So, wir klicken jetzt aber mal auf Herunterladen und erlauben hier den Download natürlich. Das dauert jetzt ganz kurz, bis der Download fertig ist. Wir gehen jetzt in unseren Downloads-Ordner und hier sehen wir schon die DMG-Datei, die wir dann einfach einmal ausführen. So, dann klicken wir hier einmal drauf und sagen öffnen und erlauben die Berechtigung. So, Kundenfeedback brauchen wir nicht. Akzeptieren wir. Jetzt wird das Ganze heruntergeladen und installiert. Dauert einen kleinen Moment. Ist jetzt nicht ganz so groß. So, und schon beginnt die Installation. Und dann müssen wir noch einmal unser Kennwort eingeben, damit die Installation auch durchgeführt werden kann. Okay, Parallels braucht jetzt Zugriff auf mehrere Verzeichnisse. Ihr könnt euch hier auch nochmal erklären lassen, warum dieser Zugriff notwendig ist. Wir machen hier jetzt weiter und erlauben die Zugriffe sowohl auf Desktop als auch Dokumente, Dateien und Downloads. Und dann schließen wir die Installation ab und dann startet Parallels. So, jetzt räume ich hier mal gleich ein bisschen auf. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir Windows 11 auf unserem Mac installieren. Und das Ganze machen wir mit einem Klick hier Windows installieren. Dann wird der Download gestartet. Ihr seht schon, das ist jetzt ein bisschen mehr als Parallels an sich. Von daher dauert das jetzt auch einen kleinen Moment, bis das alles heruntergeladen ist. So, und nachdem der Download dann abgeschlossen ist, möchte er hier noch auf die Kamera zugreifen. Ich habe eh keine dran, Mikrofon genauso wenig. Nachdem der Download dann abgeschlossen ist, wird hier Windows auch direkt gestartet. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil wir Windows ja jetzt erst mal installieren müssen. So, und da sehen wir schon das Installationsprogramm von Windows. Ihr seht, die Dateien werden kopiert. Und das kommt jetzt alles noch. Die ganzen Schritte, die müssen jetzt einmal durchgeführt werden. In der Zwischenzeit können wir vielleicht schon einmal einen Blick auf Parallels' Preispolitik werfen. Wir sehen, es gibt drei Versionen. Es gibt die Standard Edition, Pro Edition und die Business Edition. Wie die Namen das schon sagen, wenn ihr ein normaler User seid und nur mal so nebenbei einfach mal, dann reicht euch die Standard Edition. Wenn ihr da ein bisschen mehr mitmachen wollt, erweiterte Netzwerk-Tools, das ist halt eben genau eigentlich dafür gedacht, wenn ihr Entwickler seid, dann könnt ihr die Pro Edition verwenden. Wenn ihr ein Unternehmen habt, müsst ihr die Business Edition nehmen. Jetzt schauen wir uns die Preise mal an. Wir liegen hier bei normalerweise 99,99 für die Standard Edition. Aktuell 74,99. Da gibt es immer mal wieder so ein paar Angebote. Hier sind wir dann schon ein bisschen höher und hier dann natürlich auch nochmal. So, und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal bei der Standard Edition auf Kaufen gehen, dann sehen wir hier schon eine neue Lizenz oder eine Upgrade-Lizenz. Da könnt ihr dann euch das Ganze aussuchen. Wir nehmen hier jetzt mal die neue Lizenz und sagen, die normale Desktop Edition reicht uns. Jetzt sehen wir hier 74,99. Scrollen wir aber ein bisschen runter. Gibt es hier einen höheren Preis, wenn das ein einmaliger Kauf ist. Ansonsten ist das nämlich ein Abo-Modell, wo ihr jedes Jahr dann 74,99 beziehungsweise den Preis hier zahlen müsst. Genau, die 74,99 pro Jahr. Und man muss auch dazu sagen, dass hier die Windows-Lizenz noch nicht dabei ist. Die müsst ihr nochmal separat euch kaufen. Ist natürlich nicht so schön. Hätte vielleicht auch dabei sein können. Aber ansonsten ist das nur eine Demo-Version, die wir hier gerade installieren. So ein Windows-11-Key bekommt man aber auch so zu kaufen. Und da müsst ihr dann einfach mal schauen, dass ihr da ein günstiges Angebot findet. Gibt es im Internet einige. So, und hier begrüßt uns jetzt schon Windows-11. Da prüft ihr jetzt gerade nochmal, ob noch Updates vorliegen. Die werden mit Sicherheit noch kommen. Denn Windows updatet ja relativ häufig das System. So, jetzt müssen wir der Lizenz hier noch zustimmen. Das machen wir natürlich. Selbstverständlich. Und dann sehen wir hier schon, Windows-11 ist erfolgreich installiert worden. Das können wir jetzt schließen. Und ich mache das Ganze jetzt einmal etwas größer hier. So, und schon haben wir hier Windows-11 auf unserem Mac laufen. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier einmal reingehen in die Einstellungen und sagen, ja, da kommt nämlich hier schon die Aufforderung, Windows muss aktiviert werden. Dafür können wir jetzt ein Produkt-Key hier direkt kaufen oder einfach ein Produkt-Key eingeben. Das geht dann, wenn ihr einen habt, wenn ihr euch irgendwo einen besorgt habt. Und dann könnt ihr hier einfach auf Produkt-Key ändern drücken und den Key hier eintragen. So, ansonsten habt ihr hier ein frisch installiertes Windows. Und ihr habt hier auch Mac-Files. Mac-Files ist ein Austauschordner, mit dem ihr auf euer Mac-Verzeichnis eigentlich zugreifen könnt. Ihr seht hier, gut, auf dem Desktop habe ich jetzt nichts. Nichts in Downloads liegt hier noch unsere Installations-Datei. Wenn ich die jetzt hier löschen würde, wir machen das hier einmal, dann verschwindet die auch wieder, wenn ich hier in unseren Finder gehe, dann ist die hier auch weg. Lege ich jetzt im Finder eine Datei neu an, beziehungsweise mal einfach mal einen neuen Ordner. Muss ja nichts drin sein. Dann sehen wir, hier ist der Ordner auch schon erstellt worden. Jetzt gehe ich hier nochmal bei, löscht den hier wieder und dann verschwindet der auch da. So könnt ihr dann Dateien zwischen diesen beiden Systemen hin und her schieben. Das ist also relativ einfach, relativ simpel möglich. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr jetzt hier Windows ganz normal benutzen. Das, ihr habt ja noch dann ein paar Einstellmöglichkeiten, die jetzt von Parallels noch kommen. So, und wenn wir das System jetzt herunterfahren, dann ist Windows beendet und wir können das dann jederzeit hier mit wieder starten. Jetzt sehen wir hier schon Parallels, weil wir uns nicht angemeldet haben. Machen wir jetzt aber auch nicht, beziehungsweise weil wir kein Key haben. Und dann werden wir hier angemeldet und sofort haben wir unser Windows wieder. So kann man also auch auf dem Mac das Windows benutzen. Andersherum wird es übrigens sehr, sehr schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen Windows-PC und möchtet gerne Mac nutzen. Das funktioniert nicht, weil Apple das verbietet. Es gibt zwar wohl Wege, die funktionieren sollen. Ich habe mich damit nie befasst, weil das, ja, macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Aber wer das möchte, kann das gerne tun. Das hier ist ein sicherer Weg, der Weg funktioniert auch. Der Weg ist legal und wenn ihr das einfach mal ausprobieren möchtet, ihr habt eine Testversion, die ihr runterladen könnt und das Ganze einfach mal bei euch auf dem Mac ausprobieren könnt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, ciao, euer David.